Hallo, liebe Deutschlernende! Ich bin heute auf einem Dach in Berlin. Schaut mal! Das hier ist ein Dach. Hier seht ihr ein Schornstein neben mir. Und ich werde euch mal kurz alles zeigen. Hier ist ein Fußballfeld und das ist der Wind. Das ist der Wind. Und genau, ich drehe mich mal einfach so im Kreis. Ich hatte gehofft, dass ich das euch alles zeigen kann ohne viel Wind, aber der Wind musste kommen. Und es ist heute wieder so ein herrlicher Tag. Also wirklich, es ist so ein herrlicher Tag heute wieder in Berlin. Die Sonne scheint und es ist einfach richtig, richtig warm und es ist einfach ein richtig, richtig guter Tag. Deswegen wollte ich euch das mal zeigen. Berlin ist echt eine tolle Stadt. Und ja, also wie gesagt, es gibt auch viel Grün. Also hier gibt es ganz viele Bäume. Also auch soweit das Auge reicht. Also hier seht ihr auch Bäume. Da sind wieder Bäume. Also eigentlich alles ist grün hier. Ja, alles ist grün. Es sieht wunderschön aus. Es ist eine wunderschöne Stadt. Und ja, die Gebäude sehen auch alle total gut aus. Es ist echt herrlich hier in Berlin. Gerade jetzt im Sommer. Wenn ihr eine Chance habt nach Berlin zu kommen, kommt nach Berlin. Das ist echt eine tolle Stadt. Sagt mir Bescheid, wenn ihr nach Berlin kommt. Und ja, ich hoffe, ihr fandet auch, dass das ein schöner Anblick war. Und wie ich immer sage in meinem Intro, sieht das nicht toll aus? Ja, es sieht toll aus. Auf Wiedersehen. Bis später.